Wir bei KNAUS arbeiten auf Hochtouren an zukunftsweisenden Technologien, um ihren Urlaub auf die nächste Stufe zu heben. Die Liebe zum Detail treibt uns an. Deshalb verbauen wir ab 2019 modellübergreifend einige Neuheiten, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden. Das erste wichtigste Element ist ja die neue Tür. Wir haben ja wirklich eine ganz neue automotive Aufbautür integriert. Vom Türkörper bis zu den Schließgeräuschen. Das komplette Look and Feel erinnert an automobile Standards. Die Schließmechanik mit hochwertigem Drehfallenschloss bietet höchste Sicherheit. Es gibt einen neuen Heckleuchtträger. Und da ist besonders hervorzuheben unsere neue KNAUS CatEye Evolution Heckleuchte. Modern und attraktiv. Die Rückleuchten sorgen dank optimierter Sichtbarkeit für erhöhte Sicherheit während der Fahrt. Im Exterieurbereich haben wir noch unsere KNAUS Alufelge in 17 Zoll. Die optionale KNAUS Felge schafft ein noch stimmigeres Gesamtbild der Fahrzeuge. Dank des rostfreien Materials ist sie pflegeleichter als herkömmliche Felgen. Ab dem Modelljahr 2019 erhalten alle KNAUS Caravan als Option eine Stützlastanzeige. Das heißt, der Kunde kann je nach Beladungssituation dann abprüfen, wie hoch denn seine Stützlast am Stützrad ist. So verhindern Sie falsche Gewichtsverteilung und beladen Ihren Caravan optimal. Wieder ein Stückchen besser. Das sind unsere Neuheiten im Modelljahr 2019.